Tag Kinders und willkommen zu Spieltag Nummer 11 in der Web-Video-League. Wir müssen nach Manchester. Und das wird so ein richtig geiles Spiel, genau wie gegen Chelsea. Wenn wir hier auch früh die Führung schaffen, dann ist was drin. Ansonsten wird das hier echt eine knallharte Kiste. Hier wäre ich eigentlich sogar mit einem Punkt zufrieden. Aber das ist natürlich nicht das, worauf ich hinarbeite. Ich will natürlich auch gucken, dass ich hier möglichst gewinne. Oh, Alter, das wäre schon mal beinahe schiefgegangen. Wow. Oh, heute steht sogar nicht Ziggy im Tor, sondern David. Oh, Sturmwaffel hält einfach mal drauf. Schade, schade. Da war mehr drin. Aber das ist auch das erste Ausrufezeichen. Und das ist ja auch immer wichtig, um dem Gegner zu zeigen, wir sind da. Stark. Ganz stark von Walle. Oh, das bringt wenigstens die Ecke. Ich wollte jetzt einfach mal eine frühe Flanke versuchen, weil Totti in der Mitte so gut stand. Walle mit dem Eckballe. Oh, der wäre drin gewesen. Den haben die sich von der Linie gefischt. Das war Ju. Mit einem ordentlichen Hammer. Nochmal Eckball. Ah, zu dicht ans Tor. Da wäre die Sturmwaffel aber gewesen. Und ich glaube schon, dass der ganz gut gewesen wäre. Junge, Junge, du brauchst echt noch ein kleines bisschen Zeit für dein erstes Tor. Also du brauchst schon sehr, schon inzwischen schon sehr lange noch kein Tor gemacht. Der Jute Sturmwaffel. Oh. Ziggy ist da. Na, Quatsch, nicht. Ziggy ist ja gar nicht da. David ist da diesmal. David steht ja als Torwart. Heute auf dem Platz. Und da ist Sergeant Rumpel. Und Sergeant Rumpel schickt die Sturmwaffel. Sturmwaffel auf den Weg zu seinem ersten Tor. Oh Gott. Oh Mann. Ich habe extra mit Schussmodifikator versucht, das Ding aufs Tor zu bringen. Und der schiebt das Ding trotzdem daneben. Der Junge ist einfach kein Torjäger. Müssen wir festhalten. Ist so. Der ist einfach kein Torjäger, der arme Kerl. Und wieder ist Walle rechtzeitig da. Oh. Und die Sturmwaffel lässt das Ding uns austrügeln. Und die Sturmwaffel rutscht vorbei. Oh Gott, oh Gott. Irgendwie habe ich den Eindruck, der Junge ist ein echter Anti-Fußballer. Und wie ist Sturmwaffel da? Muss abdrehen. Oh. Oh, das war Totti. Oh. Also wir sind dem 1 zu 0 auf jeden Fall näher als der Gegner. Das Problem ist, wenn wir es nicht machen, macht es letztendlich doch der Gegner. Und das täte mir jetzt nicht besonders gut, denn ich bin gerade so ein bisschen auch in einem guten Rhythmus. Die letzten paar Spiele liefen alle erstaunlich gut. Und wieder ist Zarschentrumpel da. Ah, diesmal geht der Ball nicht durch. Aber wir holen uns wenigstens den Einwurf. Und wieder der Einwurf. Oh, fuck. Alter, was soll denn der komische Pass eben? Walle heute ganz stark. Habe ich jetzt mit Sturmwaffeln faul begangen oder was? Ich habe eben gar nicht auf ihn geachtet. Ah, Scheiße. Oh, das gibt es nicht. So eine Pisse. Ah, na wenigstens in Ecke. Ah, genau auf den Torhüter. Oh, Jewel holt sich den Ball zurück. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll, um Sturmwaffel endlich sein erstes Tor zu gönnen. Einfach nur draufhalten. Sturmwaffel mit dem ersten Saisontor. Junge, das wurde auch echt mal Zeit. Da kann auch ein Joe Hart nichts machen. Und wieder gehen wir noch in der ersten Halbzeit in Führung. Hier mit ein kleines bisschen Glück natürlich. Da fällt er ihm so ein bisschen vor die Füße und die Waffel brezelt einfach mal drauf. Man könnte sagen, er hat gewaffelt. Aber Schlüsselspieler bisher in dieser Saison ganz klar sind. Brauchen wir uns gar nicht, jawohl, brauchen wir uns gar nicht weiter darüber unterhalten. Jewel ist bisher so insgesamt gesehen der Beste. Heute bisher der Beste auf dem Platz Sarraza. Ein paar gute Vorstöße eingeleitet. Da wäre auch ein bisschen was drin gewesen. Ah, abseits. Aber solche Dinge, solche Bälle sind hier der Schlüssel. Solche langen Dinger, die den Gegner einfach beschäftigen, die ihn unter Druck setzen. Auch abseits. Irgendwann ist er mal nicht im Abseits. Und dann macht er sein zweites. Der David ist da. Alter, und jetzt... Oh. Und das war wieder so ein Ding, wo einfach irgendwas nicht hinhaut. Ne, die fallen da über ihre Füße und plötzlich ist alles hin. Oh, das bin ich. Ich gehe, ich gehe, ich gehe. Ich bringe ihn rein, Sturmwaffel ist da und macht das 0 zu 2. Jawohl. 0 zu 2 durch die Sturmwaffel. Der Mann wird da vorne noch eine richtige Geheimwaffe. Die Flanke kam von mir. Da kommt die Flanke. Bam. Und die Waffel hält einfach nur die Waffel rein. Und schon ist er drin. 0 zu 2 gegen ManCity. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das so... Jaja, ich sag mal, halbwegs problemlos hinbekomme. Denn, äh... Boah. Ah. Na, kein Abseits. Scheiße. 2 zu 1 der Anschlusstreffer. Das war jetzt auch ein bisschen dilettantisch teilweise verteidigt. Ah, Mist. Das wollte ich mal gucken, was ich... Ob ich es schaffe, den Flügel mal so ein bisschen freizuspielen. Mit einem schnellen Vorstoß. Und da ist wieder Ju. Ju auf die Waffel. Alter. Was war das? Den hätten die sich jetzt beinahe selber reingelegt. Oh, ja klar. Mann. Mist. Aber ich glaube, mit der Sturmwaffel brauche ich gar nicht versuchen, großartige Sprints zu machen. Der ist einfach nicht schnell genug. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Huldigt mir 1 zu 3 durch Julien Bam. Jawohl. Das Ding war richtig geil rausgespielt. Und hier. Boom. Schön durchgesetzt. Da oben kommt Bam. Einfach genau da, wo er hin muss. Und dann kann er sich die Ecke aussuchen. Und schiebt ihn sogar noch fast in die Mitte. Hat die Sturmwaffel auch mal Übersicht bewiesen. Der Mann wird da vorne eine echte Geheimwaffe, so wie ich das sehe. Tja, damit hätten wir den alten Abstand wieder hergestellt. 1 zu 3. Wow, Freunde. Alles sauber. Alles sauber. Das war schon eher weniger sauber. Jetzt hat er es auch abgepfiffen. Gelb für Klischee. Hat er für die Aktion jetzt gelb gekriegt? Ähm, okay. Ah, schade. Ich muss zurück. Boah, das war ein bisschen Glück gehabt hier. Jawohl. Und da ist, äh, Kugelblitz-Cavinho. Kugelblitz-Cavinho legt hier noch das 1 zu 4 vor. Und wieder ist es Sturmwaffel. Phänomenal. Der Mann hat drei Tore gemacht. Hat sich so lange Zeit gelassen in der Saison. Endlich mal zuzuschlagen. Erst am 11. Spieltag seine ersten Saisontore. Und dann ist das gleich ein Hattrick. Das ist doch mal, das ist doch mal was, worüber man sich auch ein bisschen freuen kann. Da freut sich auch der Davids, wie man gerade gesehen hat. Da spulen wir mal ein bisschen vor. Oh, jetzt kommt gleich der Kugelblitz. Da setzt er sich durch. Flanke vom Kugelblitz. Bumm. Ja. Da sieht Joe Hart auch nicht wirklich gut aus bei dem Ding. Es ist die... Ah, 10 Minuten noch knapp. Wenn man die Nachspielzeiten reinrechnet. Oh, stark gehalten. Auch stark gehalten. Jetzt bin ich mal mit... Ich wollte gerade sagen, jetzt schalte ich mich mal in den Angriff ein. Und wieder Kevinio. Der Mann ist so wichtig. Guckt euch mal an, wie schnell der ist. Na gut. Das ist natürlich dann auch ein... Oh, scheiße. Na gut, lasst den Vorteil laufen. Da. Ja. Da. Das ist natürlich auch mal an. Kevinio und noch mal die Sturmwaffe an die Latte 1 zu 4 Manchester City geschlagen na das ist doch mal ein Ergebnis nach Maß ist fast ein bisschen zu hoch aber wenn es läuft, dann läuft es wir schauen uns noch mal die Ergebnisse aus den anderen Spielen an und gucken dann auch noch mal auf die Tabelle, da bin ich jetzt echt mal gespannt die European Classics haben echt gegen den FC Bayern verloren wow, wir sind auf Platz 4 22 Punkte, Bartha ist noch vor uns, die Bayern und natürlich die die European Classics, die jetzt ihr zweites Saisonspiel verloren haben schauen wir mal wie es im Rückspiel gegen die Jungs aussieht wir haben sie ja direkt am ersten Tag der Rückrunde dann haben wir es natürlich direkt hinter uns, was das Schöne ist aber, oh Gott, Entschuldigung, jetzt kriege ich Schluck auf hier erstmal, danke fürs Reinschauen ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag lasst einen Daumen und ein Abo da einen Daumen und ein Abo, ja wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt bis zum nächsten Mal, ich verabscheue mich dann geht es natürlich Vielen Dank.